Uuuuhhhhhh Da packt der Tür raus Wartet auf mich! Wartet auf mich! Nur nicht durchfahren! Wir sind schon lang los! Ey dein Einsatz! Du hast noch ne Chance aufs große Schiff und dann runter zu springen Ich heil sogar an! Ich heil sogar an für dich! Wartet! Wartet, ich komm auch! Wartet, ich komm auch! Nein, da fehlen alle raus! Ich hab so ein ganz ungutes Gefühl bei der ganzen Sache Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er jetzt ins Wasser fällt Wartet, wartet, wartet! Ihr oberstes Welche! Die Feigenschweine! Wartet noch nicht durchfahren! Achso, wartet! Ich komm auch! Oh, wenn jeder heizt! Los! 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 Jetzt! Jetzt war los, Mann! Aua! 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 Wir besetzen einfach nur! Ich glaub, das ist einfach war! Was tut ihr? Vorsicht, Granata! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also der rechte Wall ist voll, der linke ist aber auch besetzt Aber es ist viel dünner Sehr viel dünner! Aber genug für zwei Leute, die wir gerade ankamen Jetzt zwei Leute ja, aber wir werden jetzt bootvoll! Jetzt zwei Leute ja, aber wir werden jetzt bootvoll! Ja! 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 Ja!